servus leute let's play loadout mit mir nickels natürlich geht sofort los ja der counter läuft gerade im hintergrund jetzt bin ich gespawnt und wir spielen blitz on fissure by night wenn ich mich nicht irre ok was habe ich nicht eingenommen achso ja gut ok alles klar geht los hier ich will gerade ein bisschen leise kann das sein option warum ist das leise audio und ich werde gerade abgeschossen das voll uncool arschloch afk spieler spieler blitzen machen wir richtig jetzt die sause hier geht los und was gibt es ein neues in der welt von space let's play oh leute ich nehme einen punkt ein sehr gut kommt hier irgendwo einer da sind sie schon da haben sie mich überrumpelt wo ist denn mein team team play junge ja was gibt es in der welt von league of legends neues schönes granate verdammt viel zu weit viel zu nah lol direkt vor mir voll frech habe ich voll genug obwohl ich damit tötet mit der granate ja mal gucken also dass wir facebook haben wisst ihr ja schon dass ich töte habe könnten auch einige schon wissen okay da passiert aber nicht so wirklich viel das ist relativ schade und jetzt haben wir auch ganz neu neben unserer space let's play facebook seite auch noch ask fm das ist quasi stellt uns fragen über uns und so ihr wisst schon warum hat es jetzt gerade geruckelt keine ahnung was hat das für ein hintergrund ja ein zuschauer hat das einfach mal angefragt und da so ein konto verhältnismäßig nicht wirklich viel pflege benötigt und wir ja immer gott ich sterbe hier am auf dem band und wir ja immer eine nach bekommen ich lebe noch das wusste ich nicht hier bin ich dicker nur und da wäre meine nachricht bekommen wenn wir mal eine frage eingesendet geschickt bekommen habe ich mir gedacht naja es macht also quasi kein aufwand so ein ding zu führen oder zu haben einfach mal gelaufen nur im team die leute und mein team nicht so wirklich ja kannst erst mal weg hier wir werden dick abgezockt übrigens mal hier point so lol ich denke den sniper gefressen oder was das ist doch bullshit ich bin echt so nur bei dem spiel ist der hammer aber wenn das hier schon ein shooter ist ich spiele momentan mit dem gedanken ein paar battles im namen des kanals aufzunehmen so von klassikerspielen wie beispielsweise die gute alte granate hat wieder gerichtet wie beispielsweise battlefield 3 battles oder call of duty black ops 2 dann stelle ich mich ein bisschen besser an wenn der interesse besteht einfach mal in den kommentaren vermerken bitte wäre wundervoll granate hat nicht mehr gereicht manchmal nur die klasse wechseln irgendwie läuft das hier gerade nicht so wirklich baby und sniper ab dafür sehr schön meine frames sind gerade ein bisschen im keller dafür entschuldige ich mich natürlich wir werden so weggerotzt war das ist voll schlecht das ist nix was wir hier haben und was ich spiele ist auch nix das ganz schlecht so team kommt lass mal zusammen jetzt ein bisschen was rapen hier erstmal kurz hier warten bis die ganzen bastards kommen die beam lol lol was ein wichser kommt der hinter mir angejumped noch eine noch eine einnahme und da hat das team schon gewonnen das ist ja ne richtig kurze folge weil wir so scheiße in übrig sind das vertraue ich schon sich da hoch smackdown scheiße hat er jetzt überlebt aber ich war noch die meisten kills im team guck mal 111 12 3 11 wir sind alle scheiße aber die anderen sind noch schlechter als ich wie geht das bitte was ist denn da los was ist traurig das ist ziemlich traurig was für noobs durch die mal an alter dreckig das ist echt dreckig dann machst du halt nix so einfach ist das komm exit game hier gib mir meine punkte wenigstens etwas komm per space box dann kann ich mir vielleicht noch mal ein paar klamotten kaufen oder so 800 space box das ist gar nicht mal so schlecht finde ich gut naja dann war es das für heute mit let's play loadout vergesst nicht bitte in die kommentare oder irgendwie per facebook oder askfm oder wie auch immer irgendein netzwerk uns mitzuteilen was ihr von dieser battle idee mit battlefield 3 und call of duty und so weiter und so weiter modern warfare 3, modern warfare 2, black ops 2 halt die ganze battle kram loadout natürlich auch was ihr davon haltet sollen wir das mal aufnehmen wir werden es wahrscheinlich sowieso machen aber bitte einfach mal anmerken von daher vielen dank fürs zuschauen haut rein leute bis zum nächsten mal tschüss rohentag 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 Vielen Dank.